Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir uns angucken, wie man den Ablauf von JavaScript-Programmen oder generell von Programmen in höheren Programmiersprachen beeinflussen kann, indem man Befehle zur Ablaufkontrolle verwendet, die dafür sorgen, dass nicht Schritt für Schritt die Anweisungen nacheinander ausgeführt werden, sondern dass abhängig von bestimmten Bedingungen bestimmte Programmenteile ausgeführt werden. Das erste Konstrukt, das wir für diesen Zweck kennenlernen, sind die Verzweigungen. Diese sind immer abhängig davon, dass eine Bedingung ausgewertet wird, ein sogenannter Bool'scher Ausdruck. Ein solcher Ausdruck hat in JavaScript im Grunde immer dieselbe Form und wir haben die auch schon gesehen, als wir uns das Programmbeispiel zum Potenzieren angeguckt haben. Eine Verzweigung sieht so aus, dass wir zunächst das Wort IF schreiben, wenn, dann in runde Klammern eine Bedingung und dahinter dann ein Block von Anweisungen, der ausgeführt wird, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Es gibt noch eine zweite Art von IF-Anweisung, die gewissermaßen eine andere Geschmacksrichtung der Verzweigung ist. Dieser enthält zusätzlich einen Sonstfall. Wir können also noch ein Else hinter den eben angesprochenen Block schreiben und dazu dann wieder einen Block von Anweisungen angeben, der gerade dann ausgeführt wird, wenn die Bedingung hinter dem IF nicht erfüllt ist. Wir wissen, dass ein Block wiederum Anweisungen enthält. Das hatten wir in einem der letzten Videos gesehen und können daher natürlich auch Verzweigungen ineinander schachteln. Das wird man häufig brauchen. Unten auf dieser Folie sehen wir als kleine Programmauszüge zwei Beispiele für Verzweigungen. Die darin verwendete Variable muss natürlich vorher deklariert und mit einem Wert versehen worden sein. Wenn die Variable Zahl vorher keinen Wert zugewiesen bekommen hat oder nicht deklariert worden ist, kann diese Anweisung nicht ausgeführt werden und wir erhalten einen Programmfehler. Wir wissen im Moment nicht, welchen Wert die Variable besitzt und wollen im ersten Beispiel nun überprüfen, ob der Wert kleiner als 5 ist. Das können wir tun, indem wir diese Anweisung dorthin schreiben. IF, runde Klammer auf, Zahl kleiner als 5, runde Klammer zu. Dahinter öffnen wir eine geschweifte Klammer und geben dann in der Regel in neuen Zeilen den Block mit den Anweisungen an, die in dem Fall ausgeführt werden sollen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wenn hier also die Zahl kleiner als 5 ist, anders gesagt, wenn die Aussage Zahl kleiner 5 wahr ist, auf Englisch TRUE, wird dieser Zuweisung ausgeführt. Der Wert von Zahl also um 1 erhöht. Ist die Bedingung nicht erfüllt, anders gesagt, die Aussage Zahl kleiner 5 ist falsch, auf Englisch FALSE, werden die Anweisungen in dem Block nicht ausgeführt und das Programm mit der ersten Zeile hinter dem Block fortgesetzt. Wir sind dann also zurück in der sequentiellen Ausführung. Im zweiten Beispiel sehen wir zunächst einmal eine relativ komplexe Bedingung, die da formuliert ist. Auf die gehe ich gleich noch ein. Wir sehen hier außerdem, dass auf dem ersten Block hinter der Bedingung noch ein ELS-Zweig, der sonst Fall folgt. Hier wird also wieder eine Bedingung überprüft. Und wie eben werden die Anweisungen in dem ersten Block ausgeführt, wenn die Aussage in der Bedingung wahr ist? Dann wird also hier der Wert von Zahl um 1 vermindert. Wenn aber die Aussage in der Bedingung falsch ist, werden nun die Anweisungen in dem zweiten Block, also dem hinter dem ELS, ausgeführt. Hier ist das wieder nur eine Anweisung, dass nämlich die variable Zahl den Wert 0 erhalten soll. Jetzt wollen wir uns noch diese Bedingung angucken. Die ist ein kleines bisschen komplizierter als im ersten Beispiel, weil es sich um eine aus Teilbedingungen zusammengesetzte Bedingung handelt. Bringen wir erst einmal Ordnung in das Klammergewusel. Die äußeren runden Klammern müssen ja immer dastehen, denn die klammern ja die Bedingungen, wie wir oben in dem Grammatikauszug sehen. Die Bedingung setzt sich nun aus zwei weiteren Ausdrücken zusammen, die hier selber jeweils wieder geklammert sind. Die erste Teilbedingung lautet Zahl größer als 0 und diese kann erfüllt sein oder auch nicht. Die Aussage also wahr oder falsch sein. Die zweite Aussage lautet Zahl kleiner als 5 und auch diese kann wahr oder falsch sein. Und was ist da mit der gesamten Bedingung? Nun, die beiden Ausdrücke sind mit diesem doppelten UND-Zeichen verbunden. Das steht für ein logisches UND. Und was bedeutet, dass beide Teile der Bedingung erfüllt sein müssen. Damit die ganze Aussage also wahr ist, muss der Wert der variablen Zahl sowohl größer als 0 als auch kleiner als 5 sein. Diese Bedingung ist also dann und nur dann erfüllt, wenn der Wert der variablen Zahl im Intervall zwischen 0 und 5 liegt und zwar echt größer als 0 und echt kleiner als 5 ist. Wenn Zahl kleiner oder gleich 0 ist oder aber größer oder gleich 5 ist, ist die Bedingung nicht erfüllt. Warum die vielen Klammern? Die machen das Ganze eindeutig erkennbar. Man kann unter bestimmten Bedingungen auf bestimmte dieser Klammern verzichten. Da die Regeln dafür aber nicht immer so ganz einfach sind und man da sehr leicht Fehler machen kann, ist meine Empfehlung immer, lieber ein paar Klammern zu viel zu verwenden. Und das heißt, jede Teilbedingung in einzelne Klammern zu setzen. Als erfahrene Programmiererin kann man die weglassen. Aber für den Anfang würde ich dazu raten, um jede einzelne Teilbedingung jeweils runde Klammern zu setzen. Wir haben eben zwei Vergleichsoperatoren gesehen, nämlich größer und kleiner. Aber wir hatten neulich in dem Video auch schon den Gleichheitsoperator kennengelernt. Das war der mit dem doppelten Gleichheitszeichen. Ich hatte da schon betont, dass es wichtig ist, bei Vergleichen immer das doppelte Gleichheitszeichen zu verwenden. Das einfache Gleichheitszeichen ist ja eine Zuweisung und die wollen wir hier nicht vornehmen. Achtet da bitte immer drauf, da das ein sehr beliebter Fehler ist. Es gibt auch noch die Operation größer-gleich. Das entspricht der Abfrage, ob das größer oder gleich ist, was wir auch getrennt abfragen könnten. Aber bequemer und übersichtlicher ist dieser Kombioperator. Und entsprechend kleiner-gleich. Ihr kennt sich ja noch aus der Schule, wie man das normalerweise schreibt. Hier können wir die Zeichen nicht übereinander schreiben, deshalb werden sie einfach hintereinander geschrieben. Dann gibt es noch den Ungleichoperator. Der sieht ein bisschen komisch aus mit diesem Ausrufezeichen, das uns gleich noch einmal wieder begegnen wird. Im Grunde kann man sich das vorstellen, als wäre das ein senkrechter Strich durch das Gleichheitszeichen. Dann haben wir ungefähr das, was wir normalerweise auf Papier für ungleich schreiben. Das Ausrufezeichen liest man auch als nicht. Nichtgleich ist ja dasselbe wie ungleich. Unten haben wir ein paar Beispiele aufgeführt, wie Bedingungen mit Hilfe von solchen Operatoren geschrieben werden können. Dort werden zunächst zwei Variablen deklariert. Die eine Variable a hat den Wert 1, die zweite Variable b hat den Wert 2,5. Die folgenden Anweisungen vergleichen nun, ob a kleiner als b ist. Diesen Ausdruck können wir also jetzt auswerten. 1 ist kleiner als 2,5, also ist die Aussage war true. Wenn das jetzt in einer Bedingung eingesetzt wurde, also in einem if, wäre also die Bedingung erfüllt. Für a größer gleich b gilt das offenbar nicht, denn a ist eben nicht größer oder gleich b. a ist aber ungleich 4 und a gleich 1 mit dem doppelten Gleichheitszeichen ist ebenfalls erfüllt. Soweit ein paar Beispiele, wie man solche Ausdrücke verwenden kann. Dann haben wir gesehen, dass wir Ausdrücke miteinander kombinieren können. Solche logischen Ausdrücke können wir miteinander kombinieren, indem wir zwischen die Teilausdrücke logische Operatoren einfügen. Wir hatten schon das doppelte Unzeichen kennengelernt. Es gibt auch eine Oder-Verknüpfung, die mit zwei senkrechten Strichen gekennzeichnet wird. Alternativen hatten wir auch schon in Grammatiken kennengelernt, die dort mit einem einzelnen senkrechten Strich angegeben wurden. Hier müssen wir sie wieder verdoppeln, also zwei senkrechte Striche verwenden. Und dann begegnet uns das Ausrufezeichen wieder, das hier wieder für nicht steht, also den dahinterstehenden Ausdruck negiert. Als Beispiel nehmen wir wieder unsere beiden Variablen a und b mit den gleichen Werten wie auf der letzten Folie. Dann können wir beispielsweise herausfinden wollen, ob a kleiner als b und außerdem kleiner als 1 ist. Das ist offenbar nicht der Fall, denn a ist ja gleich 1. Der zweite Teil der Aussage ist also falsch und damit ist die gesamte Aussage falsch. Im zweiten Beispiel soll überprüft werden, ob a kleiner als b oder kleiner als 1 ist. Da reicht es also, wenn mindestens eine der beiden Aussagen wahr ist. Es muss also a kleiner als b sein oder a kleiner als 1. Die Aussage a kleiner als b ist schon wahr, deshalb brauchen wir den zweiten Teil im Prinzip gar nicht mehr anzugucken. Wie gesagt, muss mindestens einer der beiden Teile wahr sein, damit der gesamte Ausdruck wahr ist, aber es dürfen natürlich auch beide Teile wahr sein. Zu guter Letzt haben wir noch den Ausdruck, der in der Klammer prüft, ob a gleich 1 ist. Das ist offenbar wahr. Das Ausrufezeichen davor negiert nun diese Aussage, was bedeutet, dass der gesamte Ausdruck, den wir in dieser Zeile stehen haben, falsch ist. Hier ist das nur eine komplizierte Schreibweise für a ungleich 1, aber es gibt auch sinnvolle Anwendungen für den Nicht-Operator. Damit haben wir jetzt die Ausdrücke kennengelernt, die wir in Bedingungen einsetzen können. Wir haben die arithmetischen Vergleichsoperatoren und die Buhl'schen oder logischen Vergleichsoperatoren gesehen. Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten für derartige Ausdrücke, aber das sind die, die am häufigsten genutzt werden und mit denen wir für fast alle unsere Programme auskommen, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung schreiben werden. Diese Ausdrücke können wir dann, wie gesehen, beispielsweise in Verzweigungen verwenden, wo wir Bedingungen überprüfen wollen, also ob Variablen bestimmte Werte besitzen. Abhängig davon können wir dann unterschiedliche Aktionen ausführen oder nichts machen. Dazu dienten uns die Anweisungen IF und ELSE. Wir werden gleich aber noch weitere Verwendungen solcher Bedingungen sehen, nämlich bei den Schleifen. Von der Wildschleife gibt es zwei verschiedene Geschmacksrichtungen, von denen wir eine bereits in dem Video zum Potenzieren in JavaScript gesehen haben. Schleifen dienen dazu, das haben wir schon kennengelernt, dass wir Anweisungen wiederholt ausführen können. Bei dem Programmbeispiel zum Potenzieren hatten wir von Runde zu Runde den Exponenten heruntergezählt und das Ergebnis schrittweise aufgebaut durch wiederholte Multiplikation. Wir werden hier auch noch andere Beispiele kennenlernen, aber das machen wir dann in der Präsenzvorlesung und auch noch in einem weiteren Video, das es dann demnächst noch hier geben wird. Wir gucken uns zunächst einmal an, wie die abstrakte Syntax von Wildschleifen aussieht. Dazu schauen wir wieder ein solches Grammatikfragment an. Eine Anweisung kann also auch eine der beiden folgenden Alternativen sein. Eine Wildschleife oder eine Do Wildschleife. Bei der Wildschleife steht am Anfang das Wort While und dann kommt in runde Klammern eine Bedingung, ähnlich wie wir dies bei der Verzweigung gesehen haben. Anders als dort wird bei der Wildschleife allerdings der Block, den wir dahinter in geschweifte Klammern schreiben, nicht nur ein einziges Mal ausgeführt, sondern so lange wiederholt ausgeführt, bis die Bedingung irgendwann einmal nicht mehr erfüllt ist. Die Bedingung wird dabei immer nur dann überprüft, wenn der komplette Block von Anweisungen abgearbeitet worden ist. Und damit die Schleife irgendwann auch verlassen wird, wir also keine Endlosschleife programmiert haben und das Programm so nie enden würde, müssen wir in dem Block dafür sorgen, dass die Bedingung irgendwann einmal nicht mehr erfüllt ist. Wie bei dem Potenzierungsbeispiel, wo wir den Exponenten immer weiter reduziert haben und die Bedingung überprüften, ob der Exponent noch größer als 0 war. Nehmen wir das linke Beispiel hier auf der Folie. Da wird zunächst eine Variable i deklariert und mit dem Wert 3 initialisiert. Dann wird eine Variable Summe mit dem Wert 0 initialisiert. Dann wird als nächstes die Bedingung überprüft, ob nämlich i kleiner als 10 ist. Das ist derzeit der Fall. Also begeben wir uns in die Schleife hinein und führen die beiden in den Block stehenden Anweisungen nacheinander aus. Summe wird um den Wert von i erhöht, hat also jetzt den Wert 3. Anschließend wird i um 1 erhöht, hat also jetzt den Wert 4. Jetzt und erst jetzt, erst nachdem alle Anweisungen in dem Block ausgeführt wurden, wird die Bedingung erneut überprüft. Es wird nun wieder nachgeguckt, ob i immer noch kleiner als 10 ist. Das ist immer noch der Fall. Also wird Summe jetzt wieder erhöht. Im Moment steht dann noch der Wert 3 drin und in i steht der Wert 4. Summe wird also jetzt auf 4 plus 3, also 7 gesetzt. Ich würde euch dringend empfehlen, das Programm Schritt für Schritt durchzuspielen und dabei die Werte der einzelnen Variablen immer aufzuschreiben. i wird wieder um 1 erhöht, hat also jetzt den Wert 5. Jetzt wird wieder überprüft, ob i immer noch kleiner als 10 ist und jetzt muss man weiter durchspielen, was da im weiteren Verlauf passiert. Das kann man nicht so ohne weiteres im Kopf durchspielen. Das erfordert viel Konzentration. Daher empfehle ich, wie gesagt, diese Anweisung einmal Schritt für Schritt durchzuspielen und die Werte der Variablen auf Papier zu notieren. So ähnlich, wie wir das bei den Registern gemacht haben. So seht ihr immer auf dem Papier, welche Werte aktuell in den Variablen gerade stehen. Den alten Wert könnt ihr immer durchstreichen und den neuen Wert hinschreiben. So solltet ihr das ganze Programm durchspielen, bis irgendwann i den Wert 10 hat. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte am Ende 42 herauskommen. Das wäre also das, was in der linken Schleife passiert. Was passiert in der rechten Schleife? Die sieht ein bisschen anders aus, denn das ist die zweite Varietät, die wir oben in der Grammatik sehen. Do, Block, While, Bedingung. Die Bedingung muss natürlich wieder in runden Klammern stehen. Hier werden die Anweisungen in dem Block ebenfalls ausgeführt, solange die Bedingung erfüllt ist. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Wir prüfen nämlich das erste Mal nicht schon beim Betreten der Schleife, sondern erst nachdem die Anweisungen in dem Block ausgeführt wurden. In diesem Fall macht das keinen Unterschied. Auch bei dieser Schleife kommt am Ende 42 heraus. Auch das solltet ihr einmal durchspielen. Wo es einen Unterschied machen würde, wäre, wenn i schon am Anfang den Wert 10 oder einen größeren Wert hätte. Wenn in der ersten Zeile gestanden hätte, let i gleich 10. Die linke Schleife würde dann gar nicht erst betreten. Die rechte Schleife hingegen würde auf jeden Fall einmal durchlaufen. Summe würde also jetzt auf jeden Fall einmal auf Summe plus i gesetzt, also plus 10 dann in dem Fall und i auf 11 gesetzt. Das heißt also, dass nach der Ausführung der rechten Schleife, wenn i am Anfang 10 gewesen wäre, Summe und i andere Werte hätten als nach der Ausführung der linken Schleife. Beide Arten von Schleifen sind sinnvoll. Beide kann man sehr gut verwenden. Wir werden immer von Fall zu Fall entscheiden, welche jeweils sinnvoller ist. Ob wir nämlich garantiert haben wollen, dass unsere Schleife wenigstens einmal ausgeführt wird? Manchmal möchte man das. Und manchmal möchte man, dass schon vorab einmal geprüft wird, ob die Schleife überhaupt ausgeführt werden soll. Das sind also die beiden Geschmacksrichtungen, die wir für die Wildschleife haben. Damit haben wir eigentlich schon das Konstrukt der Wildschleife vollständig verstanden und können die ab sofort verwenden. Die letzte Möglichkeit zur Ablaufkontrolle, die wir hier im Augenblick kennenlernen wollen, ist die Fortschleife. Auch mit ihr können wir wieder Anweisungen wiederholt ausführen. Die Fortschleife ist eine sehr bequeme Schleife, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert aussieht. Sie ist vor allem dann sehr bequem, wenn wir von vornherein schon wissen, wie oft wir diese Schleife durchlaufen müssen. Wenn wir zum Beispiel mit einer Variable von einem Wert aus bis zu einem bestimmten anderen Wert zählen wollen, geht das hier ganz einfach. Nehmen wir noch einmal das Beispiel zur Potenzierung. Wir hatten dort eine Wildschleife verwendet, aber wir wussten, dass wir den Exponenten, der am Anfang einen bestimmten Wert hat, 4 zum Beispiel, bis nach 0 herunterzählen wollen. Das wäre nun genau das natürliche Habitat der Fortschleife. Da würden wir sie nicht ganz in der Form verwenden, wie ich das auf dieser Folie in den Beispielen unten mache, aber ihr werdet das noch in der Präsenzvorlesung sehen. In den Beispielen hier zähle ich immer den Wert hoch. Und auch auf diese Weise könnten wir die Potenzierung bewerkstelligen, indem wir von 0 bis zum Exponenten hochzählen. Beide Möglichkeiten gibt es und beide können richtig und sinnvoll sein. Gucken wir zunächst wieder einmal in das Grammatikfragment. Eine Anweisung kann also auch eine Fortschleife sein, die so aussieht, dass wir zunächst das Wort Fortschreiben. Dahinter kommt in runde Klammern, anders als bei der Waldschleife, nicht nur eine Bedingung, sondern es kommen dort drei Ausdrücke hinein, die durch Semikola voneinander getrennt sind. Zuerst eine Initialisierung. Diese Anweisung wird unmittelbar beim Betreten der Fortschleife einmal und auch nur dieses eine Mal ausgeführt. Dann eine Bedingung. Die wird genauso geprüft, wie wir das eben schon bei der Waldschleife kennengelernt haben. Das heißt, sie wird zu Beginn der Schleife einmal überprüft und dann nach jedem Schleifendurchlauf erneut wieder. Und dann kommt noch eine weitere Anweisung hinein, die sogenannte Aktualisierung. Die dient dazu, dass wir irgendeine Form von Aktualisierung durchführen, die dafür sorgt, dass die Bedingung irgendwann einmal nicht mehr erfüllt ist. Typischerweise wird eine Fortschleife wie in den Beispielen auf der Folie aussehen. Die beiden Beispiele sind zueinander äquivalent. Ganz häufig wird eine Fortschleife so benutzt, dass man einen Zähler verwendet. Hier in diesem Beispiel zählt er von 3 bis 10, wobei i den Wert 10 nicht annimmt, weil die Schleife ja nur so lange läuft, wie i kleiner als 10 ist. i bekommt ja am Anfang den Wert 3. Das ist die Initialisierung. Und wir sehen hier, dass wir die Variable auch gleich direkt an dieser Stelle deklarieren können. Wir können das also alles direkt hier auf einen Schlag miterledigen. Wir deklarieren die Variable und sagen, sie soll in diesem Fall am Anfang den Wert 3 bekommen. Sie soll dann hochzählen bis 10. Wenn also i gleich 10 ist, wird die Schleife verlassen. Für i gleich 10 wird die Schleife also nicht mehr ausgeführt. Stünde da i kleiner gleich 10, würde sie auch für 10 noch ausgeführt werden. Steht da aber nicht. Die letzte Anweisung, die in dieser runden Klammer noch drin steht, ist i gleich i plus 1. Das heißt, in jeder Runde wird i um 1 erhöht. Und wenn wir das mit der Waldschleife von eben vergleichen, stellen wir fest, dass wir im Grunde genommen genau die gleichen Anweisungen haben. Dort wurde nur die Anweisung let i gleich 3 vor der Schleife durchgeführt und das i gleich i plus 1 stand in dem Block der Waldschleife mit drin. Hier haben wir sehr kompakt an einer einzigen Stelle alle Informationen stehen, wie lang die Schleife läuft. Und das ist der große Vorteil gegenüber der Waldschleife. Man sieht dieser Schleife auf einen Blick an, von wo bis wo sie läuft und was unterwegs aktualisiert wird. Das bietet sich, wie gesagt, vor allem für Zähler an, wie sie uns noch mehrfach wieder begegnen werden, wo wir also von einem bestimmten Startwert ausgehend bis zu einem bestimmten Endwert zählen wollen. Rechts sehen wir die gleiche Schleife noch einmal. Der einzige Unterschied liegt in der Aktualisierung. Weil eine Anweisung wie dieses i gleich i plus 1, also die Erhöhung eines Variablenwerts um 1, so häufig in Programmen gebraucht wird, hat man sich überlegt, dass man das gerne kürzer schreiben können will. Dafür gibt es diese Kurzschreibweise i plus plus. i plus plus ist also exakt das gleiche wie i gleich i plus 1. Und in dieser Form schreiben die meisten Leute eine solche Anweisung, weil es einfach schneller zu tippen und ebenso gut verständlich ist. Man sieht hier sofort, dass i in jeder Runde um 1 erhöht wird. Die Schleife läuft also los. i hat zu Beginn den Wert 3. Dieser wird dann in jeder Runde um 1 erhöht und es wird immer überprüft, ob der Wert noch kleiner als 10 ist. Sobald er gleich 10 geworden ist, wird die Schleife nicht mehr ausgeführt und verlassen. Es geht dann mit dem Befehl danach weiter und auch hier hat Summe am Ende wieder den Wert 42. Damit haben wir das letzte Ablaufkonstrukt kennengelernt, das wir uns in dieser Vorlesung zunächst angucken wollen. Wir werden als nächstes sehen, wie man gerade mit dieser Vorschleife, aber auch mit den anderen Schleifen, sehr gut ein bestimmtes Variablenkonstrukt durchlaufen kann. Wir haben bislang nur einfache Variablen betrachtet, aber als nächstes werden wir komplexere Variablen kennenlernen, nämlich sogenannte Arrays. Die gucken wir uns dann im nächsten Video an. Tschüss, bis zum nächsten Video.